Der deutsche Bundeskanzler hat am 27. Februar eine bemerkenswerte Rede gehalten. Er hat von einer Zeitenwende gesprochen. Diese Zeitenwende drückt sich im Bewusstsein der Gesellschaft, aber auch der Vielzahl der Bundestagsabgeordneten in den 100 Milliarden aus. 100 Milliarden werden dann in Rüstungsprojekte investiert. Wir stellen fest, dass wir derzeit Schwierigkeiten haben, alle Fähigkeitsdefizite zu kompensieren. Aber was vergessen wird, aus meiner persönlichen Einschätzung ist der Faktor Mensch. Die Menschen, die vergessen wurden in der Vergangenheit, die wenig Anerkennung, wenig Wertschätzung erfahren haben durch die deutsche Gesellschaft. Und es wäre eine gute Möglichkeit, mit dieser Zeitenwende auch die Folgen von Einsatz, Tod und Verwundung in der Gesellschaft den Menschen zu vermitteln.